Leute, im Action gibt es einfach so geile Sachen und ich zeige euch die Produkte, die ihr euch unbedingt holen müsst. Einerseits diese Palette, die werde ich gesondert für euch testen. Dann haben die einfach Magnetic Lashes für, ich glaube, 3 Euro. Dann diese Palette hat auch nur 2,50 Euro gekostet. Dann haben sie einfach für 3,50 Euro so einen Make-Up Organizer. Dann jeweils solche Festival-Sticker für einen Euro. Wie günstig ist das bitte? Dann diese Maske, ich dachte einfach, die ist in Österreich verboten. Das ist so eine Rubber-Face-Mask, die werde ich für euch testen. Dann habe ich noch so Abschminkzeugs geholt. Das sind übrigens die besten Wattepads ever. Dann gab es auch diese Chubber-Chups-Getränke und dieses Grüne, das hat mir meine beste Freundin letztens erst empfohlen. Dann habe ich für meine beste Freundin diese Marshmallows geholt. Also Jule, wenn du das siehst, die sind für dich. Dann habe ich diese Inter-Tendal-Bürsten gekauft und die kosten eigentlich immer so viel. Dann habe ich für meine Katze noch so einen coolen Kratzteppich gekauft. Dann aus irgendeinem Grund steht ihr euch extrem auf diese Putzmittel. Da habe ich mir gleich 2 geholt. Und wenn sich meine Wohnung nicht automatisch sauber macht, dann bin ich pisst, Leute. Diese süßen Schalen waren so schön.